Boah, die sind schon gute Waffen. Scammer gescammt! 3, 2, 1, los! Digga! Aber ich werde alle scammen! Alle deine Community, ich werde alle scammen! Ich tag dich an! Hey Leute, herzlich willkommen zu eurem neuen Video. Und in diesem Video verlosen wir 1030er Nocturnus an euch. 5000 Deckengas fallen. Und dann nochmal 10 Stacks Sonnen. Alles was ihr dafür tun müsst. Einfach unseren Kanal abonnieren. Das Video liken. Und euren Epic Games damit in die Kommentare schreiben. Viel Spaß beim Video! Hallo? Moin! Oh mein Gott, Digga! Noct, was geht? Nichts für dir? Oh ja, oh ja. Oh mein Gott. Ich war gestern den ganzen Ende in den Streams drin. Aber ich konnte nicht zocken, weil ich hatte Verbot. Schade. Oh mein Gott, Noct! Oh mein Gott! Digga, ich feier dich richtig. Danke. Und deine RDW-Videos. Oh mein Gott. Ich habe gesehen, in den Streams, du machst alles dort. Waffen verschenken, wie ist das? Ja, ja. Warte. Waffen hast du auch, oder? Von gestern vom Stream habe ich noch die hier. Die hier, die hier, die hier. Die hier. Die hier. Wow. Oh ja. Alle Doppel-Lemons. Alles Doppel-Lemons? Ja, ja. Wow. Ja. Die alle? Ja. Was willst du von da traden? Ich habe gesehen Hydra, oder? Ja. Okay. Hydra? Ich würde gerne Hydra nehmen und der Bär. Ja, okay. Gut. Was hast du so? Achso, Baurecht. Kann ich vielleicht Baurecht haben? Jo, gerne. Okay. Ich habe auf jeden Fall richtig viel Sonnen. Du dropp weiterhin ein bisschen. Ich habe glaube ich 19. Ich habe vielleicht fast 20 Stecks an. Ich dropp mal kurz fünf Stück. Drei, drei, vier, fünf. Ja. Ja. Dann würde ich dir noch fünf Naktunus geben. 130. Okay. Ja, nice. Und fünf Tokengräber. 130. Ja, okay. Können wir machen. Kannst du die selten Glocken? Ja. Du wolltest Hydra, ne? Oder ein bisschen weiter vorn, weil ich weiß nicht. Ja, Hydra. Ja, okay. Hydra und der Bär, ne? Ja, hier. Ja, der Bär. Siehst du? Ich sehe die nicht so gut. Warte, ich muss sie ein bisschen sehen. Hm. Boah, sind schon gute Waffen. Ja, ja. Scammer gescammt. Ah. Was? Digga. Was hast du gesagt? Was? Ich habe nichts gesagt. Ja, okay. Digga, mein Controller, man. Ey, sorry. Mein Controller, der spinnt rum. Okay. Digga. Digga, der springt von alleine und haut immer von alleine. Ich weiß auch nicht, was da gerade los ist. Ja. Egal. Egal. Okay. Ah, Digga. Okay. Also, wir hatten, okay. Ja, dropp du jetzt was. Dann dropp ich. Ich dropp meinen Waffen auch. Okay. Ich dropp jetzt, ähm, fünf Stacks on. Ja, ja. Aber, ähm, du bist ja gerade ein Decker, ne? Ja, ich bin ein Decker. Geh mal gleich, wenn du nach vorne gehst, hier auf Hoverboard, ja? Ja. Kann ich machen. Dass ich nicht diesen... Boos machen. Ja, ja, ja. Ja, du weißt was ich nicht. Geh jetzt nicht schon mal vier Stacks on. Fünf. Jetzt noch, ähm, die Noxen. Dann wollte ja noch Nox. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Tokengräber. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, okay. Komm nach vorne, hier einfach. Du musst dich auf Hoverboard gehen, okay? Ja, ja. Aber bitte scam mich nicht. Nein, nein. Drei, zwei, eins, los. Digga! 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 Was sullaht courht. Digga! 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 Ja, aber wieso hast du das Kenny jetzt gesagt? loblieb! S Iron Heiper gommamamamamamamamamamamava ста! Digga! wass doffn autom then Kraut Ich will kurz gucken, ob das wirklich 130er waren, die Sachen. Das waren 130er. Gib meine Waffen wieder. Okay. Du scheiß Scammer. Okay, da wolltest du mich schon mal nicht scammen. Aber davor wolltest du mich scammen. Aber wieso wolltest du mich scammen? Ich wollte mich nicht scammen. Ich gebe deinen Vorschlag. Entweder gebe ich meine Waffen oder scamm alle. Deine Community, alle. Meine ganze Community. Bist du ein Hacker? Ja, bin ich. Komm rein. Ich habe 300 Platz in meinem Inventar. Oha, komm mal rein. Ohne mein Lager, 200. Ich bin stabil. So, komm mit rein. Lass mich rein jetzt. Ja. Gib meine Waffen. Nein. Wie du sagst. Soll ich dich hacken? Nein, nein, hack mich nicht, bitte. Ja, komm mit rein, dem Waffen. Okay, okay. Spaß, Junge. Hoffentlich. Soll ich dir deine Waffen gebe? Ich komme mir dann so einfach rein. Ich bin auch nie ganz. Ja, warte kurz. Aber es geht gerade nicht, weil ich habe 200er Ping. Mach, ich warte. Ich habe gerade kein Ping. 200. Nein. Ja, geht gerade nicht, geht gerade nicht. Schade. Soll ich dich hacken? Nein, nein, nein. Dann kannst du wieder in RDD rein. Nein, bitte nicht. Hör auf. Ich kann nicht jetzt genau jetzt hacken. Aber ich mache nicht. Okay. Weil ich vielleicht gefühlt noch eine Chance. Ach so. Aber ich werde alles scammen. Ich werde alle deine Community, ich werde alles scammen. Dann habe ich so viele Waffen. Dann sagst du zu mir, gib mir Waffen. Ich sage einfach nein. Also bist du ehrlich ein Hacker? Dann lock ich alle vor dir. Ja. Wenn du nicht glaubst. Okay, warte mal. Lass dann so machen, ja? Ich gebe dir, weil ich habe Angst zu hackern, so. Ich gebe dir all meine Modded Waffen, ne? Also so. Ja, okay. Ganz, also fast alle meine Modded Waffen, ne? Mhm. Fast alle, weil ich habe Angst. Dann, ich drop die im Kurs jetzt alle. Wir traden so, ne? Aber ich will deine ganzen Waffen für alle meine Modded Waffen. Alle meine Waffen? Ja. Okay, okay. Aber gib mir wieder Baurecht, sonst mache ich dir nichts. Nein, manche Angst, ich habe bitte. Du bist eh ein Hacker. Du brauchst keine Bauberechtigung. Nein, ich kann Hacker, äh, Hacker, ne, ich kann Mods anmachen. Nein, ich will dir keinen geben, ich habe Angst. Vertrau mich, ich scam mich nicht. Ich scam mich nicht. Ich scam mich alle in deinen Community. Ja, ich hätte ich nicht scam. Okay, ich drop jetzt hier. Ja, ja, mach. Ich drop hier hinten, aber weil sonst... Und ich lasse es hier, du machst es hier nicht auf hinter mir, okay? Nein, nein. Du musst nicht mal auf, wo wir gehen. Okay, ich drop jetzt alle, okay? Ja. Das waren alle meine Waffen. Komm, komm ganz da vorne. Aber mach keinen Entdeckerboost, ja? Komm ganz nach vorne. Ganz nach vorne hier zur Wand. Das sind alle meine Waffen. Ja, ich habe auch fast alle meine Mods Waffen getroppt. Okay, soll ich aufmachen? 3, 2, 1, los. Oh, Junge, denkst auch, ich gebe dir meine Waffen. Denkst auch, ich gebe dir meine Waffen. Wenn du mich scammst, ich sag dir wirklich, scamm mich wirklich. Und ich, wie willst du mich scamm, wie willst du mich scamm, wie, wie, wie? Ich ändere meinen Namen und danach denkst du, und ich hole mir auch einen Stimmverzehrer. Ja, aber... Erkennst mich nicht wieder. Dann scamm ich den ganzen Ländler. Und scamm deine Community. Ja. Mach hier auf und gib meine Waffen wieder. Mit was willst du mich denn scamm? Äh, mit was willst du mich denn scamm? Ja, komm, warte, ich mache hier so auf. Nicht zum Sehen, ich sag nicht. Hier, komm, guck, guck die Waffen an. Ich habe meine Waffen wieder. Guck dir die Waffen an. Ja, ey. Oh, sind die jetzt weg? Sind die jetzt weg? Ich werde dich scamm. Ich werde dich so scamm. Und hacken. Ja, komm, mach, komm, mach. Ich warte. Nicht jetzt. Ja, wann dann. Ich habe gerade keine Zeit. Nein. Ich muss, ich darf nicht so lange zocken. Deswegen. Ja, okay, warte kurz. Ich muss kurz deine Waffen angucken. Nichts angucken, gib mir wieder. Boah. Ey, das sind schon viele. Wie viele Waffen sind das? Das waren nicht meine ganzen. Nein. Also wolltest du mich wieder scamm? Doch, doch, doch. Das waren meine Waffen. Das waren meine ganzen Waffen. Jetzt gebe ich dir erst recht die Waffen nicht wieder. Hoff nicht. Das waren meine ganzen Waffen. Egal, Jungs. Jetzt kann ich meine Abonnenten verschenken. So. Wollen Sie verschenken? Einfach verschenken. Verschenken und nicht. Einfach streamen. Ich gebe deine ganze Community. Junge, du kannst gar keinen scammen. Du redest mal nicht. Doch. Kannst du mich nicht mal scammen? Ja, was soll ich machen, wenn mein Controller hängt? Hast du Pace? Der ist kaputt. Passiert. Ich gebe meine Waffen wieder. Okay, warte mal. Sag Zauberwort. Bitte. Okay, komm, ich gebe dir die drei Waffen da vorne. Damit du irgendwas hast. Hallo? Willst du mich gerade verarschen? Nein. Komm mal mit, ich zeig dir deine Waffen. Du gibst dir eine 34er? Jünger, sei mal glücklich, Jünger. Manche Leute haben gar keine Waffen. Warte mal, aber guck von dir. Komm, mach doch auf, oder kannst du dich irritieren? Nee, nee. Du bist einfach scheiße. Guck von da, guck von da. Ja, warum? Komm, mach doch hier auf, oder kannst du dich irritieren? Nee, geht nicht, geht nicht. Controller lag. Controller? Ja. Du bist ein scheiß Scammer. Du wolltest mich zweimal scammen. Du wolltest mich nicht scammen. Du lügst doch. Hä? Nee. Aus Beweise, aus Beweise. Ja, ich habe alles auf Aufnahme. Warum lügst du jetzt? Ich lüg nicht. Ich zeig dich an, ich zeig dich an. Nein, bitte nicht. Wenn du so lädst, ich, ich meinst, ich mache einfach eine Anzeige. Ja? Ja, mache ich. Digger, was nimmst du dir? Gib meine Waffen wieder. Nein, das ist meine jetzt. Was, wir sind deine, das sind immer noch meine. Ja. Die habe ich mir... Es waren deine, es waren... Vertradet? Ich scamm auch nicht. Wieso hast du vorhin gesagt, dass du meine ganze Community scammen willst? Ja, die werde ich auch scammen. Weil die alles ehrenlos sind, genauso wie du. Ich werde dir deine Waffen niemals wieder geben. So, willst du jetzt irgendwas sagen noch? Gib meine Waffen wieder, ich mein's jetzt ernst. Nein, ich gebe dir deine Waffen nicht. Hoffentlich. Okay, du willst sehen. Dein Account ist weg. Deine Community, ihre Waffen sind auch weg. Ja, okay. Digger, wenn du das hochlädst, musst du sehen. So, also. Ja, bis jetzt. So, entt capturen. So, das mache ich auch. So, das ist ja noch gut. Und jetzt wo kommt das? roofs Felipe, auch wenn du dann bei denông werden darfst. So, das ist ja noch ja noch ein�تный Punkt. Und jetzt bin dann bei den Kopf. So, das ist ja rückt. So, das macht kein Problem. Vielen Dank.